But I'm weak and what's wrong with that? Boy oh boy I love it when I fall through that I'm weak and what's wrong with that? Boy oh boy I love it when I fall through that Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute habe ich die Smalling SPC für euch vorbereitet und zwar sehen wir das Ganze jetzt hier auch schon und ich hoffe natürlich, dass ihr auf jeden Fall für einen Spieler abgestimmt habt davor denn dann könnt ihr diese SPC erst machen ihr müsst ein Footie-nominierten Objekt reinpacken, um das Ganze abzuschließen ich würde euch natürlich raten, falls ihr Smalling gemacht habt, dass ihr Smalling auch direkt reinstellt denn er hat das höchste Rating und somit kommt ihr am leichtesten auf die 84er Gesamtbewertung 60 Chemie braucht ihr natürlich auch, das ist aber jetzt gar nicht mal so schwer ich habe hier zum Beispiel Koscellny genommen, der hat uns auf jeden Fall viel Chemie gebracht und ja insgesamt habe ich 5 Erstbesitzer am Start, unter anderem eben auch den Smalling das heißt einen Erstbesitzer habt ihr sowieso, weil ihr ja eine nominierten Karte drinnen haben müsst das heißt, wenn ihr das genauso nachbaut wie ich, habt ihr 61 Chemie und das müsste dann passen und wir senden das Ganze direkt ab und haben das jetzt hier auch schon abgeschlossen Chris Smalling, Footie SPC, 87er Chris Smalling, richtig richtig geile Karte, extrem nice 80 Tempo, 89 Defending, 89 Physis, da bin ich auf jeden Fall sehr sehr froh drüber vor allem weil der auch perfekt in mein Team passt und man bekommt auch hier noch ein Trikot und eben den Chris Smalling, richtig richtig coole Karte, muss man echt sagen 1,92 groß, Mittelhocharbeitsraten und der kommt natürlich direkt in mein Team hinein und ja Freunde, das ist auf jeden Fall jetzt auch schon die SPC gewesen falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr SPC Lösungen haben wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich extrem freuen und hier haben wir dann auch schon das ja, den freien Platz sozusagen und da kommt jetzt natürlich 87er Chris Smalling rein das sieht schon echt richtig richtig sexy aus das Ganze und ja, dann war es das mit dem Video, ich bedanke mich fürs Zusehen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die ganze SPC gemacht habt soll ich auch noch die El Rondo SPC machen, das schreibt mir bitte auch mal kurz in die Kommentare wir sehen uns im nächsten Video und ciao!